Was? Hast du gestartet Peter? Ja, ja läuft alles. Warte, genau wie geht's mit dir? Willkommen zurück zu einer Folge Trouble in Terrorist Town. Boah, Bram, der treu ey. Da lief der schon rum, ey. Nee, ganz am Anfang sind wir halt alle rumgelaufen. Ja, ganz am Anfang. Ah, ich nicht. Weil da war minimiert, du musst mich über den ganzen Scheiß tun. Peter war eh im Shop. Peter war wieder am Shoppen. Mit dabei, alle. Okay, das ist bestimmt Trader, der hüpft rum. Hüpfe ich rum, wenn ich Trader bin? Ich glaube Jay ist eher Trader, weil er läuft so komisch nach links. Wer war das? Jay, wer ist hier unten? Gadalu war das. Ich habe einen Klick auf die Straße geworfen. Bist du auf dem Dach? Ja, ich habe noch ein Dach. Auf welchem? Gadalu wollte mich töten auf dem in der Ecke. Okay, auf dem da hinten, wo ich jetzt die Incidary hochschmeiße. Alles klar. Ah, genau. Ja, genau die. Da, ja. Okay, ich lasse mich töten. Okay. Ich hatte gerade einen extrem komischen Bug. Ich bin gespannt, ob das richtig ist. Wer ist denn der extrem komische Bug? Ich bin innocent und konnte gerade sehen, wer der Traitor-Symbol über seinem Kopf hat. Is that is it? Oh. Peter? Das war voll falsch. Bei mir hatte da Jay über dem Kopf. Peter, wen hast du da raus? Das ist tot. Bram hat Peter getötet? Ne, Bram hat nicht Peter getötet. Dann war das der andere. Er hat doch, hat er nicht selbst gesagt? Da. Ich bin it. Ich hab, hast ja... Jetzt warum sagst du denn nicht? Warum sagst du nicht meinen Namen wenigstens? Ich hab Jay getötet. Und Jay müsste das eigentlich gewesen sein. Alter, was ist das denn alles? Ich finde ein bisschen seltsam. Wenn du schon das Symbol siehst durch einen Glitch, warum sagst du das denn dann? Ja, ich dachte, ich sag das mal und guck mal, ob das stimmt nachher. Es hätte auch sein können, dass ich das mir nur eingebildet hätte. Aber dann war das richtig. Dann hab ich das gesehen. Ja, aber dann... Man kann das doch einfach für sich behalten. Aber warum? Er war doch auch inno, oder nicht? Ja, ich war ja inno. Ja, eben. Ja, ist doch okay. Ist jetzt eh mega die komische erste Runde gewesen, weil alle sich gegenseitig umgebracht haben. Ich hab auch noch Sepp falsch angesagt. Ja, das war mega komisch. Das war geil. Ja, weil ich... Ich bin von dir weggelaufen und zwei Sekunden später bin ich von hinten in den Rücken geschossen worden. Da dachte ich, das muss ja du sein. Aber da hat sich Jay einfach da richtig zwischengeschlichen. Aber du sag mal, kann man das Messer für Disguiser kann man nicht schmeißen oder so, ne? Nein. Das war ein komischer Pack. Das hab ich noch nie gesehen. Abram hat seine Taste gedrückt und dann sieht er... Ja, echt mal. Abram cheatet. Der blitzt aber auch wirklich nur ganz kurz auf, während du an dem Gebäude vorbeigelaufen bist. Und dann war das gleich wieder weg. Und dann war ich einfach so, what the fuck, ey. da. Dann war das, weil... Und dann war das ein Stanter-Eintem. Du hast einen Teleporter gekauft. Du hast aber einen Teleporter gekauft. Ja, zum Beispiel. Was höre ich denn hier? LOL! Ah Peter? Bram ist es! What the fuck? Also wenn du innocent bist, dann haben wir quasi... Bram ist auf dem Dach, da wo man in der Ecke ist, wo Jay gekillt wurde Ich hab das nämlich unter der Map gerade gesehen, zwischen der Runde, dass hier irgendwie was ist Der ist da auch immer noch Alter, das hab ich ja noch nie gesehen Der guckt auch manchmal nicht nur Leiter Am hat so ein ganz großes T-Zeichen Ne, ne, ne Peter! Wieso nicht? Wir wissen nicht wo wir sind Ach schau, hier macht man die Dinger auch auf Lebt da, du noch! Die kann ich nur dazu machen Das hab ich gerade versucht und dann kamst du an Peter und Jay, Peter und Sim Einer von euch könnte Trader sein, wenn Jay da nicht ist Ja, sehr wahrscheinlich Wir beide müssen uns einfach vertrauen Ich weiß, ich bin... Der ist jetzt oben auf dem Dach Nach wo Peter, der Blue Bull Dach Fuck Warte Au Okay, ich probier's nochmal Ich hab mich verpisst Okay, warte Also einer von euch ist das, ne? Wie hast du das gemacht? Peter oder Sepp Schieß den anderen mal ab, lieber Okay, das war's schon Das glaub ich nicht Ich glaub schon, sonst würde Sepp noch reden Sepp, sag doch mal kurz was Ja, also Ich glaub Die Hörterne ist jetzt auch Alter, jetzt wechsel ich doch grad die Waffe Warum hast du denn die Sniper weggeworfen? Ey, die Scheiße! Die andere besser ist Das ist doch die gleiche Ach, nur das war die gleiche? Oh, das ist so Die hat mir nicht gefallen Die hat mir nicht gefallen Ich wollt lieber die andere nach Und die hat mir mal well worn Hat nicht Battlescar Du bist jetzt tot Die hat mir nicht gefallen Ey, New Life-Regel, mein Freund Du bist tot Ne 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 Ich fand das... Jay hat das aber auch so gesagt Dass ich dachte, Jay ist straight Er hat so gesagt Ja, schieß den anderen doch einfach mal sicherheitshalber ab Das klang so lang Ich hab mich auf Peter eingelassen Er hat davor aber noch gesagt, dass einer von den beiden nicht sein muss Schieß den anderen nochmal ab, hat er gesagt Ich hab mich auf Peter eingelassen Ja, aber er ist vor Bram weggelaufen Hat Bram nicht angeschossen Ja, weil ich auf der anderen Seite der Map war Da ist das ja kein Wunder, dass ich da nicht den bis dahin fange Ich mein, du hast ja gesehen, wie aufs Dach läuft Du musst den einfach mal fängen Ja, auf dem Dach hab ich doch keine Chance gegeben Aber das Wichtige ist natürlich auch Versuchs Du hast es ja nicht mal versucht, Jay Ne, ich hab das auch nicht versucht Weil das keine Chance war vom Dach aus Wenn er da oben drauf ist Blöd war ich damit, dass ich nur die Nägel fischne Da ist der Sepp Peter, ich warte schon auf dich Na, sollen wir wieder? Wir beide, da unten Mal gucken, vielleicht bist du nicht mal kein Traitor Das ist jetzt entweder die gleiche Kombination oder umgekehrt Oder Also die gleiche ist es nicht mehr Also könnte natürlich auch sein rein theoretisch Traitor sind aber beide innocent Ich glaub nicht, dass Peter Traitor ist Will ja nicht Ich glaub schon Oh, die Tür kann man auch machen Obwohl die versperrt ist Oh, Sepp, was ist denn da los? Der töte sich halt an Da hat jemand, dann hast du kurz überlegt Ich bin nicht zu geschossen Ich bin nicht zu geschossen Ja Jay, ich guck da mal drüber hinweg Was? Ich hab versucht die Shotgun zu kriegen Ich hab zwei AUGs Kannst du ja mal gerne gucken Ach, das ist jetzt da, wo die Map umklappt, oder? Ja Das ist cool Wenn ich jetzt nicht in dem Gebäude wäre, würde ich das auch sehen können Was passiert, wenn man unter Tage ist, wenn das passiert? Was passiert denn überhaupt dabei? Macht einen das eigentlich tot? Was passiert denn überhaupt dabei? Es ist aber nur dunkel jetzt Oh, okay Ich bin extra reingegangen, weil ich dachte jetzt Wenn du draußen bist, geht's gut Holy shit Hat einer gestorben Hat einer gestorben? Aber da zwitschern noch die Vögel Ist eigentlich schon wieder hell? Ich hab mich verlaufen Da kommt einer, um mich zu holen Der wird schon Alter, wie groß ist dieser Untergrund? Ah, hier ist eine Treppe, Gott sei Dank Was denn für ein Untergrund? Leuchte! Es gibt hier noch einen Untergrund Was? Kanalisationen gibt's noch Was? Ja Habe ich ja noch nie gesehen Peter und ich waren gerade Ist auch vorhin erst Wo ist das denn? Ich glaube auch, Schalter Ich glaube auch Wer ist Schalter? Sepp verfolgt mich nun alles am rumladen Darum, kennst du den Untergrund? Der ist hier Wie komme ich denn in den Untergrund? Ist ja krass Sepp und Bram sind bei mir beide Eine der, äh, wie heißt das denn? Gullidecke durch, okay Bram ist es Das war ein bisschen sehr spät, Sepp Der Schuss war schon 10 Sekunden vorher War so unfassbar Der Junge war der Katze echt Der Katze echt der Fall verlaufen Bram schießt mich Da hat er da geschossen Ah! Ich bin der letzte Innozente Nein Okay Ich bin nicht Chris und Bram dann Mhm Chris ist leider tot Okay Fick dich, Jay Ich bin's nicht Ja, okay Ist klar Peter Peter, wenn du, wenn du kommst schieße ich auch auf dich Okay Weil jetzt trau ich dir nämlich langsam nicht mehr Oh! Weißt du wo Jay ist? Ja, bei dir Ja, bei dir Da hinten in der Ecke Okay Irgendwann lass zusammen laufen Ja, ja Der ist da drin in diesem komischen Haus Ach, in dem Haus ist der drin? In dem Haus ist der drin, genau Ja Muss der gerade die Tür wieder zugemacht Dann bist du da direkt Oh, noch einen zweiten Ausgang, oder? Mhm Der ist in der ersten Etage ganz hinten drin Der Mucke ist gerade Wieso kommt denn jetzt Mucke? Ach, jetzt vorbei Okay Oh Nein Das spricht ja genau vor meine Pferde, Jay Fuck Ich wusste nicht, dass Sepp da schon durch ist Ich wollte Bram von hinten bumsen Fuck Ja, er wird nichts von hinten gebumst Aber Sepp, ja Du bist Traitor Und du sagst tatsächlich Wer ist dieser Ja, weißt du warum? Du hast halt Dalo gemacht Und dann hätte ich Hätte ich quasi gespielt Dass du mich auch noch gemacht hättest Ja, aber 50 Sekunden später? Ja, weil wir ja noch am Feinden waren Und Peter, das war so Das war Sepp Weil Sepp hat halt irgendwie weggeknallt Ich glaub Dalo Und dann eine halbe Minute später Sagt der Bra Weißt du Und Dann hat keiner mitbekommen Das ist halt jemand gestorben Und eine halbe Minute später Nachdem die Schießerei oder so vorbei So hat 20 Sekunden oder so Schreit Sepp irgendwie so einen halben Namen Okay und ich dachte Bram hätte Sepp gemacht Und hätte sich dann darüber aufgeregt Dass Sepp es halt noch gesagt hat Obwohl er schon tot war Und du hättest Bram beigepflichtet Deswegen dachte ich ihr seid bei dem Oh cool Verdammte Kacke Ich hab mal Ich hab mal voll Verwirrt den Boy Das ist ganz schön nice Und ich hab hier einfach nur rumgechillt die ganze Zeit Ja Schwillen schwillen sag ich immer Schillen die Vanille Ich gewinne auch keinen Blumentopf Schell Ne leider nicht Aber wer will schon einen Blumentopf Richtig Ich will jetzt diese Katalisation Wir haben mit Blumchen in meinem Zimmer vertragen Ich geh aber zu irgendeinem Gummideckel Zu jedem x-beliebigen Nimmst du den scheiß Magnetistik Machs dann auf Du bist da drin Du brauchst einfach eh drücken Du brauchst einfach eh drücken Kannst einfach eh drücken Genau Krass Alter Alter Den hab ich halt gesehen Als ich ähm Peter Leute das gibt es nicht Warte Ausweichmoves Zack Peter ist es Ich hab ihn gemacht Geil alter Danke für die Gauss Junge Jetzt geht ab Der wird schon ganz schön nice alter Wo liegt denn die Leiche Ist sie weit weg Ist sie in deiner Nähe Ist sie safe Bewach sie mit einer Gausskanone Oh Ey Alter was geht mit dir Woher soll ich denn wissen dass ihr hier oben ist Jetzt kommen die auf einmal mit 3 Wohin soll ich das wissen Bram Okay Einer von denen ist Traitor ne Ja Ja oder du Ja ich sag es nur Kann das ja auch sein Bram Noch haben sie mich nicht gesehen Warte Gott sei Dank hab ich richtig Nubi geschossen Peter ich verleb dich gleich wieder Die wissen noch nicht dass ich da Oh jetzt kann ich Peter klauen warte Wer hat denn die Gausskanone hier weggeworfen Wolltest du grad die die Wolltest du grad den Die Leiche da unten holen Alter Weg damit er Ey lass sie da liegen Warum Weil ich kriege Das ist meine Christian Er hat auf mich Danu What the fuck Sepp Bram Alles klar Sepp Der ist wiederbelebt worden Der ist wiederbelebt worden Der Chris Der ist weg die Leiche Wo denn Aber nicht bei ihm oben oder Nein der ist wieder gespawnt Ich wurde auf ihn geschossen Wenn er sich wiederum bewegt hätte Ja kann ja sein dass du nicht mehr siehst oder so Oder sich hingelegt hat Hier ist die Leiche und die Waffe ne Bram Ja Der ist sicher schon auf dich geschossen Ja ja Peter liegt ein bisschen ungünstig Okay Dann kommt Sepp Ich weiß nicht wo Peter liegt Der liegt sich hier unten Ja auf der Straße Und ich dachte der wäre safe Ja der war auch safe Und dann kamen wir oben vier Leute hoch Keine Ahnung warum Und dann Hätte ich mal mit dem Hätte ich mal mit der Gausskanone beim ersten Mal getroffen Oh no Wo Das sagt der uns wahrscheinlich nicht mehr oder Nee Ah hier mitten auf der Straße Ja da ist Feuer ja Aber Nee mitten auf der Straße liegt auch Jay Da am LKW An dem LKW Wo man hin und rein kann Ist der da drin? Nice Christian Alter der Schreiber muss auch mal sein Na 3 gegen 3 ist echt schwer 3 gegen 3? Der Jay hat mich abgeschossen LOL Dann ist der Streu auf Nein Du hast sogar Dalu gesagt Du hast doch angesagt Dalu Du hast sogar angekündigt dass du mich abballern wirst Und danach hast du erst gemerkt Achja Christian wird ja wieder überlegt Achso stimmt Du hast Christian getötet Ja Ich hab den Trailer gegeben Ich hab nicht abgewartet Weil das Spiel nicht vorbei war Dachte ich gut dann bist du das halt Okay klar Das ist echt so eine markante Situation Also ich wusste tatsächlich nicht dass ihr da oben seid Bin da hoch gekommen und dachte mir so Scheiße weißt du jetzt liegt der da auf Dann sind alle da oben Ich hab das richtig gut geschossen Und die Shotgun Der schießt mit der Gausskanone noch daneben Ja hab ich aber ja gegen dich auch geschafft Hätte ich nicht gedacht dass ich das hinkriege Aber das ist Das Ding ist echt scheiße Ja Dalu hockt in der Ecke Und ich weiß nicht Keine Ahnung ob da dein Schutzengel gesagt hat Nö die Shotgun trifft dich jetzt nicht im Kopf Sepp bei mir Sepp bei mir Sepp bei mir Ganz hinten in der Ecke 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 Bei Strom im Strom Fick dich Sepp Hahahaha 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 Hallo ich hab was für dich Hier Was ist das? Ne Disco? Soll ich mal waffen Was war ne Disco? Ja komm Die hab ich komplett über dich drüber geworfen Oh Bra Ne ne Die Disco ist jetzt erst hochgegangen Ich glaub ihr seid alle in der Kanalisation oder? Ne doch nicht Ja natürlich Nö War voll super hier Ist richtig krass Ja ich hab die jetzt einmal gesehen Das reicht mir Haha Ich glaub da gibt's nicht mal richtig geile Waffen und so Doch geht eigentlich War schon ne Waffe Dalu ist es Bram läuft hinten rum Der ist nicht mehr Nein du bist ganz Ich hab dich nicht mehr Gesehen Das ist Jay Okay sind doch alle wieder draußen 99% auf Dalu Warte Mach ihn doch einfach mal Ich find wenn man mehr als 5 ist Dann muss man den auch machen 50% auf Bram Und wenn du das findest Na ich geh wieder Hahahaha Hahahaha Ja dann mach ihn doch Ja mach ich he Bram Bisse Mit dem Jay kommst du dann nicht mehr hoch Klar komm ich hab ein bisschen tot Du standst grad neben mir Bram hat Schaden gekriegt wovon? Von dem Kampf den ich hatte Jetzt geb ich 70% Er hat schon gekämpft Ja Aber der andere konnte da nix mehr sein Nein Mach das doch mal Ich find Ich find das kann man einfach mal machen jetzt Jeder Ich würd das auch nicht als random kill identifizieren Was ist los? Ja ist gut Ich hab dich als letzten gesehen Und nix mehr von dir gehört Nachdem der andere geklaut Dalu springt da doch rum man Ich wurde auch nicht angeschossen oder so Nein du bist doch tot oder? Ja doch Ich hab nicht auf ihn geschossen Dalu Nein Dalu hat mich in dem Moment angeschossen Wo du das gesagt hast Kommt da aus der Müllkiste da hervor Weißt das dass du dahinter Okay warst Wer ist denn gestorben? Oh Jay Was heißt denn warst Es wird doch keiner gestorben sein Nein aber wer hat denn dann so schrien und wandert Ich hab dann geschrien Aua Jay wird beschossen Von oben Peter Leute ich werd ja weggebeschossen Aber ich bin sofort tot Christian Aua Das war von dem anderen Dach Wo ist oben? Das war von dem anderen Dach Hallo Du bist doch grad weggerannt oder nicht? Ja warum schießt der denn einfach mit der Autosniper auf mich drauf? Ja weil Jay wird doch angeschossen wurde Und du bist von meiner Galil oder was? Ich hab nur aus dem Sniper in der Hand Jay Peter ist da rechts Peter ist rechts Dalu hat Die Gauss Peter und Dalu Jetzt hab ich die Gauss wieder Der Peter war hier hinten Hat er sich wiederbelebt irgendwie? Ne Peter Peter wie hast du das Was hast du da überhaupt gemacht? Du bist hochgeflogen? Hast du auf Jay geschossen? Und dann? Ich hab überhaupt nicht auf Jay geschossen Ich hab einfach nur da oben gestanden Irgendwer hat auf jeden Fall auf mich geschossen Und dann bin ich runtergefallen Und dann war alles Hast du auf Jay geschossen? Ich hab erst auf Jay geschossen Nachdem Jay gesagt hat Er wurde angeschossen Die Action war schon am Lauf Also ich hab noch 90 Schuss Moment Man kriegt Schaden hier auf dem Jay hat einfach nur Stromschaden Du hast einfach Stromschaden Du hast einfach Stromschaden Was? Ja gewonnen ist gewonnen ne? Würde ich sagen So gehört sich das ja Falsche Fakten Richtiger Schluss Ich dachte Peter du hast angefangen Okay alle sehen dich Nein hab ich nicht Ja so dachte ich Das schätzt dich nicht Das sieht ja jeder Dann wollte ich aber dann auch glaubhaft rüberbringen Weil ich nicht gewusst hab Dass ich das halt schaden bekomme Deswegen hat das halt auch jeder geglaubt Dann hab ich einfach losgeballert Um dir zu helfen Was ein Quatsch Au Alter Ruhig alle Riot hier Oh Was ist denn da für ein Dreierbett Oder zwischen euch? Der ist mir da unten hier Ich hab nicht gefangen Du hast die Kaffeekränze Farbredet da hinten oder was? Ich mag Kaffee nicht besonders Okay Teekränzchen? Snobkränzen? Was möchtest du denn? Kuchen? Küchlein? Bierkränzchen? Wir trinken nur Champagner mittags Der Peler Bierkränze Champagnerkränze Ich hab die Waffen sechsmal gewechselt Sektempfang bei Peders Sind da immer mit da so um drei Bei Peders? Morgen zum helf Der da raus Jesus! Jesus! Er ist in dem mittleren Haus Nein! Oh nein! Hab dann Das heißt Peter oder Sepp Peter oder Sepp Wo ist Sepp? Hinten in der Ecke Seit dem Stromgeländer Kommt man eigentlich da hoch da du? Von dem Haus Wo ich jetzt bin Sepp Sepp würde mich sofort hardcore machen Mit irgendwelchen Tannenbäumen Oder so'n Scheiß Jaa Ein Tannenbaum ist schon Witzig In der Krone Boah den kam scheiße Ja aus der Dunkelheit Ja das leckt auch Ja das leckt auch Ja jetzt hat's geklappt Was ist das? Sepp ist nicht mehr bei der Ecke da Kann das sein? Kauft ihr doch ein Radar eben Da wo ich Bram gekauft gesehen hab Da wo ich Bram gekauft hab Ach Bram ist auch noch Trailer Oh nein jetzt werde ich auch noch sterben Er hat den gekauft Also Peter bist du Trailer? Nee Peter gibts das zu Also du bist Trailer ja? Nee Ich werf jetzt ne Brandgranate hoch Peter Ich hab leider nur noch 17 Da ist ne Brandgranate oben 17 Ja Peter wenn du nicht zu mir kommst dann komm ich halt zu dir wo bist du? Ja ich hab dich gesucht Aber ne pass auf ich stell mich jetzt sofort neben Dalu oder sowas Damit ich wenigstens ein bisschen ne Chance hab Ja Dalu kannst du ja Obring stattdessen Peter nein Peter Mann Wir wissen doch nicht ob du's bist Ist okay für mich Ja aber das ist doch kacke was du machst Bram guck rüber Damit du direkt ihn Okay damit du ihn direkt abverlangen kannst Ich hab so viele Punkte Ich will erster bleiben Ja ist okay pass auf Ja aber wenn er mich erschießt kannst du ihn ja abschießen Genau richtig Aber du musst nur hoffen dass Sepp dich vorher nicht sieht Weil der ist der eigentliche Trailer Ja genau Genau Aber jetzt sag mir endlich wo du bist damit ich zu dir kommen kann Wir sind auf dem ganz Fast auf dem vorletzten linken Dach Wieso sagst du dem Dach denn dann find ich nicht in Ordnung Ja damit wir jetzt mit dreimal nach hoch gehen können Dann könnt ihr beiden Battle Royale machen und Dalu und ich setze den anderen ab Okay Genau So easy Okay Irgendwie ist aber wer gestorben Nein Wir warten einfach auf dich Sepp Wir warten einfach auf dich Sepp Jetzt versuch hier nicht kommen mit Schrupp zu spielen Ja weil ihr halt so ruhig seid Er ist bei Bram Der ist lebt wieder Weiß aber nicht wo Der liegt genau auf Jays Leiche Liegt seine Leiche Also die ist immer noch da die Leiche Ja Oder Peter hat uns ausgespanzelt Peter nicht bewegen Ja der ist oben Oben auf dem Dach Na ich war noch viel Lass ihn dir den Tod nehmen So Bam Und dann kann ich direkt mal sagen Ich hab gewonnen Ne? Zuschau Ja Weil wir 15 mal neu starten mussten Ne Aber das lag nicht an mir Er lag da Sepp jemandem auf die Fresse gehauen hat Ja genau das Ja genau das Auf der Note können wir die Folge auch gut beenden würde ich sagen Genau Vielen Dank für alle Zuschauer Ich hab euch gefallen Haut rein Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020